Ab dem 1. Mai 2015 ist dieses zu mietende 4-Zimmer-Rhein-Mitte-Haus bezugsfrei. Das vollständig renovierte Rhein-Mitte-Haus befindet sich im Main-Taunus-Kreis. Das im Jahr 1989 erbaute Gebäude wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Haus verfügt über einen Keller und zwei Garagenparkplätze. Es hat drei Schlafzimmer, ein Badezimmer und eine Gästetoilette. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 175 m² weist das Objekt eine Wohnfläche von 135 m² auf. Die Gesamtmiete der Immobilie beläuft sich auf 1550 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet.